Ein stylisches Jahr liegt hinter Herzogin Kate. Die Thronfolgerin Englands hat jeden Monat die schönsten Kleider und Roben ausgeführt. Günstig waren die Looks nicht, und die Herzogin ist über das Jahr auf eine beachtliche Summe gekommen. Die Kleiderwahl der Herzogin ist von Experten auf eine Summe geschätzt worden. Wie Daily Mail berichtet, soll dabei 162.040,28 Pfund herausgekommen sein, das entspricht 187.339,63 Euro. Eine hohe Zahl, die vom Jahr zuvor konnte aber nicht getoppt werden. Im Jahr 2022 wurde eine Summe von 176.664 Pfund errechnet. Das Jahr 2023 kann trotzdem direkt dahinter den zweiten Platz ergattern, und die Kleiderwahl gehört mit zur wertvollsten der letzten Jahre. Ein ganz besonderes Stück trieb die Rechnung nach oben. Zur Krönung von König Charles III. trug die Herzogin ein Diadem, das in Zusammenarbeit mit Jess Collette entstanden ist. Das Diadem allein soll um die 32.000 Pfund, etwa 37.000 Euro wert sein. Das Accessoire war das Highlight des Looks, das Alexander McQueen Kleid war aber ebenso nicht billig.